Wenn du auf der Suche nach umweltfreundlichem elektrischem Fahrspaß bist, ob in der Natur oder in der Stadt, dann bist du in diesem Video genau richtig. Wir sprechen heute über das Bluewheel BXB 75e Mountainbike und werden dabei genau auf Bewertungen sowie Vor- und Nachteile des Fahrrads eingehen. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Zudem Bluewheel BXB 75e Bike haben wir verschiedene Daten und Bewertungen von externen Portalen und Kunden analysiert, um euch alles Relevante über das E-Bike zu erklären. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Ein Blick in die Infobox lohnt sich also auf jeden Fall. Und weiterhin noch viel Spaß mit dem Video. Ob in der City oder Offroad im Gelände. Das BXB 75e Mountainbike von der Firma Bluewheel sorgt mit 25 kmh für Fahrspaß in jedem Bereich. Mit seinen 21 Gängen, der verbauten Shimano Gangschaltung und seinem 250 Watt Motor schafft das E-Bike problemlos jeden Berg. Zusammen mit dem hochwertigen abnehmbaren Premium Akku kommt man auf eine maximale Reichweite von 150 Kilometern. Alltägliche Erledigungen sowie die Fahrt zur Arbeit oder ähnliches können mit dem Rad also problemlos bewältigt werden. Genauso wie längere Radtouren. Das E-Mountainbike ist sehr modern und verfügt über viele Features und ist sogar App-kompatibel. Mit der dazugehörigen Bikewise App bekommst du alle relevanten Informationen direkt auf deinem Smartphone angezeigt. Verbinde einfach dein Smartphone per Bluetooth mit der intelligenten App und behalte die Akkuzeit, die zurückgelegte Distanz, die Geschwindigkeit und die Drehunterstützung im Blick. Zusätzlich noch der integrierte multifunktionale Bordcomputer mit LCD Color Display, mit dem man Zugriff auf verschiedene Funktionen wie das Assistenzlevel, den Batteriestand oder die Distanz und Kalorienanzeige hat. Die Premium Monoshock Federgabel und der leichte Alurahmen gleichen Unebenheiten des Untergrundes aus und die Tektor-Scheibenbremse und die stabilen Aluminiumpedale stehen für gute Qualität. Das Bike ist sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet und mit seiner hellen LED-Front und Rückbeleuchtung sowie den Reflektoren ist es auch straßenverkehrskonform. Wir haben uns einige Bewertungen von Käufern und Portalen angesehen. Käufer berichten beispielsweise darüber, dass es für diese Preisklasse ein Top-Fahrrad sei. Und einige Käufer berichten ein Jahr nach dem Kauf, dass es die angegebenen Daten erfüllt und sie mit dem Kauf zufrieden sind. Des Weiteren wird von Käufern immer wieder der leichte Aufbau, der freundliche und umgängliche Kundenservice und die weite Reichweite des Akkus erwähnt. Insgesamt fallen die Kundenbewertungen sehr gut aus, sowie die Bewertungen verschiedener Internetportale. Das beste Angebot für das BXB 75 E-Bike, sowie die wichtigsten Infos, haben wir euch unter dem Video in der Infobox verlinkt. In allem sprechen die positiven Bewertungen, sowie die Daten der verbauten Teile und die Funktionalität des E-Mountainbikes für sich. Auch das breite Anwendungsgebiet vom städtischen Bereich bis in die Natur ist ein großes Plus bei dem Rad. Dazu ist es ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel und man kann sich im Gegensatz zu den meisten anderen elektrobetriebenen Fortbewegungsmitteln auch noch zusätzlich oder auch nur mit eigener Energie antreiben. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.